hallo alle miteinander hallo eddie ja jetzt geht es wieder los ja meinste naja ich weiß jetzt auch nicht so richtig was ich davon halten soll ich habe meinen ersten strike bekommen auf facebook mein kommentar würde und gegen die gemeinschaftsstandards verstoßen und jetzt weiß ich nicht habe ich hier wirklich eine sicherheitsverletzung gemacht im grunde wollte ich nur einer freundin helfen der haben sie 2018 ihre rausgenommen und jetzt hat sie so im pusteln auf der haut und da sind wir sofort bilder von dem morgellons video in den sinn gekommen und habe das video hier dazu verlinkt und auch gleich unten drunter sozusagen das medikament in anführungszeichen und irgendwie habe ich dagegen irgendwas verstoßen danke dass er mir den tipp gibt wo ich dann weiter suchen kann ja im grunde ist die story ganz einfach nachdem ich dieses morgellons video da vor jahren fast schon ein jahrzehnt hochgeladen habe bekam ich dann tipps vom horst von horst günther und er meinte dass zitronenöl und pfefferminzöl dagegen gut helfen würde und zwar morgens einen tropfen zitronenöl einnehmen um diese nanoclaster aufzuspalten und mittags dann einen tropfen pfefferminzöl zu sich nehmen um dann die zerspalten nanoclaster eben aus dem körper auszuleiten ja und da war ich neulich mit einer verwandten von mir im supermarkt und die ist auch manchmal ganz schön gut unterwegs also also energy trink trinken und naja lauter solche sachen wo eigentlich dieses nanoplastik drin sein sollte und da hat es mich aber voll verblüfft weil die hat sich unbedingt eine schokolade mitnehmen wollen die ich vorher so noch nie im fokus hatte und das war zitronenöl schokolade hier sind die zwei sorten einmal gibt es die hier von böhm ist das irgendwie mit zitronenöl und eine sorte da ist pfefferminzöl drin ja eddie willst du auch mal schnappern willst du auch dein nanoplastik rauskriegen was du was du durchs katzenfutter mit rein gekriegt hast durch diese bierhefe die dadurch nanoplastik gefiltert wird ok ich werde mal ein stückchen ab machen kannst du mal ein bisschen probieren ja das hat mich dann schon ganz schön verblüfft dass das wir im supermarkt für 60 sind sowas als gegen mittel in anführungszeichen bekommen können ich hatte nämlich schon mal jemand losgeschickt in die apotheke da sollte mir zitronenöl und pfefferminzöl besorgen und ja das was dann gebracht wurde das waren leider irgendwelche duftöle die nicht zum verzehr gedacht waren und da habe ich gedacht scheiße ist gar nicht so leicht an dieses zitronenöl und pfefferminzöl zum verzehr anzukommen aber manches ist leichter als gedacht wenn man da ab und zu ein bisschen die augen offen hält tja gut ich verlinke das morgello ins video hier noch mal und ansonsten sage ich euch erst mal macht's gut bis bald und steif halten was ich keine nachtrag noch was ich ebenfalls noch sehr verblüffend fand ich hatte das letzte jahr viel mit kindern zu tun die nach 2012 auf die welt hier kamen so um die zeit herum und mir ist aufgefallen dass die lieben gern rohe zitrone essen wie wenn mir ein apfel essen bei sind die einfach die zitrone rein und ja im anbetracht der ganzen nanoplastik die in unserem ganzen essen mit drin ist wo man auch ziemlich schwer zu tun hat da überhaupt rum zu kommen wäre das zumindest auch eine erklärung ich weiß nicht ist euch das auch aufgefallen ja gut einer muss noch in diesem zusammenhang kennt ihr noch die pernschnur vom watzelsfritz das ist versilberter draht und da drauf sind eigentlich nur berg kristall rosenquartz und was man ebenso haben will ganz unten ist noch ein aquavit der man neulich gebracht wurde und das ist sehr interessant im zusammenhang mit dieser zone vom wasser dem vierten aggregatzustand das heißt wenn wasser eine membran bildet praktisch eine schicht zwischen zwischen wasser und außen dann ist in dieser membran in dieser 1 mm schicht also in diesem zustand wird dem wasser sozusagen ein anderer aggregatzustand zugesprochen er ist sehr sehr reinigen kann übelst gut irgendwelche sachen aufnehmen hier hinten zum beispiel ich weiß nicht kennt von euch jemand bungschmand das habe ich dass der fleck war viel viel größer den habe ich vor dann innerhalb von ein paar minuten nur weggewischt mit diesem etz wasser und hätte ich normales wasser genommen werden hier überall schliefen und ich hätte übelst viel spielmittel gebraucht also ich glaube da ist schon auch ein besserer reinigungseffekt zu sehen als bei normalem wasser und wenn man da jetzt irgendwelche stoffe aus dem körper ausleiten möchte glaube ich ist dann so behandelt das wasser auch nicht verkehrt ja ich würde es euch jetzt noch viel mehr im detail zeigen wollen teilweise spritzt dann das wasser auch bevor es unten aufkommt dann nach oben also es ist übelst auf energetisiert nach jeder siebten perle wird das wasser wieder rein so hat es mir gesagt und naja beim ausleiten von morgellons oder ähnlichem hilft das vielleicht nicht verkehrt vielleicht auch ganz gut weiter so jetzt haben wir es aber bis später